hallo liebe brompton freunde ich bin's henning von vorsch spezialrad dem brompton experten in deutschland seit über 30 jahren und heute stelle ich euch das brompton x bear grill bike vor seid gespannt und habt viel freude daran ja hier stehe ich nun vor den brompton x bear grill bike was ist denn das also es ist so zum einen die zweite version der explorer version von brompton wer sich daran erinnert es gab schon eine version 1 wie beim chapter sind wir mittlerweile bei version 4 ist dass hier die version 2 der grill ja in deutschland nicht so bekannt vielleicht im tv netflix mann versus wild ist eine serie die es gibt abenteuer bücher gibt es von ihm verrückte geschichten die er gemacht habe ich hab mal ein bisschen durchgegoogelt in england ist er wirklich ein medienstar kann man sagen hier können wir vielleicht ein bisschen mithelfen wem es gefällt mit diesem modell hier hat brompton eine tolle adventure serie aufgelegt und brompton schreibt selbst in seinen kommentaren so dazu was was wir als händler dazu sagen sollen das liest sich ganz nett discover new places and follow the path less trocken und bromptons potential for adventure breaking down the commuter only barrier but staying true to urban freedom ja das sind doch wirklich wahrhaftige aussagen in kurzen sätzen fahr mit dem brompton nicht nur in der stadt sondern wagt dich auch mal rauf aufs feld oder in den wald naja ein mountainbike eignet sich besser da möchte ich natürlich hier nur nicht den werbekontext zu sehr ausreizen aber es gibt tatsächlich eine tolle challenge die mit diesen rädern anfang des jahres von der brompton co in uk gemacht wurde und ich traf will badger ebbens im zusammenhang der eurobike hatten wir ein nettes frühstück zusammen und da erzählte er mir von dieser verrückten idee die sie hatten mit fortitude fortitude ist in england die institution die für darm krebsvorsorge zuständig ist und brompton hat das tatsächlich in guter weise aufgegriffen und fortitude macht eben den challenges damit eben spenden reinkommen für diese wirklich wichtige geschichte die ich auch an dieser stelle doch als perfekt darstelle und meine damen vorsorge ist ende des jahres also an der stelle eine super gute geschichte und ja die challenge blenden wir ein hier oben oder auf der seite je nachdem wo johann gleich platz hat seht ihr die shetland inseln und die brompton crew sechs leute waren es glaube ich haben sich einige mit diesem rad hier aufgemacht und die 140 kilometer auf dem rad zurückgelegt wer die chetland insel ein bisschen kennt also ich kannte sie jetzt nicht persönlich aber da sind durchaus lücken zwischen die ich nur mit einem boot zu überqueren sind und alle achtung jungs die sind mit dem schlauchboot und dem brompton da drin darüber und wie sie so schildern wie der wind dort peitscht das sieht man sehr schön und wie die zwei kilometer so ganz schnell zu acht kilometern werden weil man eben so weit abtreibt also das ist echt bär grill adventure würde ich sagen und das finde ich cool dass die jungs wirklich ernst nehmen was sie machen und hier sehen wir eben dieses rad wenn du da ein bisschen anteil dran haben möchtest in diesem fall in matt green das heißt eben most green mass mass green heißt das auch so ist es most green und mushroom gray eine tolle kombination mit und jetzt hört man wieder diesen hübschen namen adventure orange auch das x eben entsprechend eine tolle optik jetzt gerade wo die tage kürzer werden gestern noch 30 grad heute stehe ich hier schon in west weste bei 15 grad und frischen schleswig holsteinischen wind also das passt jetzt wirklich zur jahreszeit es ist ein eine c line explore also ein sechsgang modell mit mittleren lenker nur schutzblechen keine beleuchtung und ganz wichtig diese ausstattung gibt es nur so wie sie hier steht also kein hoher lenker kein sportlenker kein gepäckträger keine beleuchtung das rad sollte man tatsächlich in dieser sonder edition so nehmen wie es hier ist die sonder applikation außer der farbe da gehen wir einmal darauf ein wir haben die kann schwalbe racer bereifung die sich natürlich gut an diesem rad hier macht wir haben den cambium c 17 von brooks der wirklich total gut zum rompen pass und ich mag ihn tatsächlich gerne fahren sonst bin ich nicht so ein brooks fan darf ich das hier sagen aber es ist so diesen diese art leder oder kautschuk den sie hier verwenden das finde ich klasse da sitzt es sich bequem drauf ja und dann eben das zubehör ich wende mal ein bisschen damit johann hier besser gucken kann hier haben wir den backpack das backpack ist bekannt hier mit dem beergrill x beergrill logo drauf in grau habt ihr diese tasche schon im anderen zusammenhang schon mal vorgestellt bekommen so lässt sie sich tragen so lässt sie sich hinten schultern hier sind mit magneten angeschlossene schulterriemen dran natürlich das ganze wasserdicht wie sollte es anders sein und in einer tollen optik und echt schön qualität so und das ganze ist im combi pack dann mit der pouch pack die wir in diesem fall erst einmal hinten hingehängt haben auch wieder eine komplett wasserdichte tasche die man sowohl hinten am sattel als auch vorne am lenker montieren kann also alles in allem mir gefällt diese kombination auch wenn ich es klar sagen kann es ist etwas besonderes im hinblick auf die art und weise wie es so im design daher kommen und ich finde das ist wirklich gut gelungen und das ganze für 2250 euro gibt es sonst noch was zu sagen ja es ist limitiert das haben diese serien so an sich will euch da jetzt keine angst machen fragt immer gerne nach wir haben uns gesichert was wir bekommen können und an dieser stelle als händler hat man nicht die möglichkeit zu sagen ich möchte eine summe x sondern es wird tatsächlich von brompton zugeteilt aber so soll es auch sein es soll ja jeden bisschen spaß bringen und egal ob du jetzt ein sammler bist und einfach bromptons liebst dann auf jeden fall eine wahl und auch eine geldanlage wenn du aber sagst hey dieses rad mit dem jeden tag jetzt unterwegs was kann es schöneres geben ich drehe jetzt auch noch eine runde ich wünsche euch viel vergnügen heute und wenn ihr fragen habt stehen wir euch gerne zur verfügung an dieser stelle noch einen großen dank an alle die diesen youtube kanal unterstützen durch die kommentare die ihr gerne auch hier hinterlassen dürft durch die daumen die ihr uns gibt das bringt uns bei youtube hoch und vor allem durch die persönlichen kontakte die sind mir besonders wichtig und mein team freut sich auch darüber dass das ganze so gut ankommt und dass es wirklich mehrwert hat und das soll so bleiben und so sein in diesem sinne wünsche ich euch eine schöne zeit und denkt dran haltet ein auge offen und schickt uns eine e mail oder wir telefonieren bis dahin tschüss